So, ich stehe jetzt gerade neben der TH Köln und habe gerade mit Claudia Frick gesprochen. Die ist hier Professorin für Informationswissenschaft, also Bibliothekarin und Professorin und war ein super spannendes Interview. Ich freue mich richtig drüber. Wir haben über alles mögliche gesprochen, von Wissenschaftskommunikation hin zu was ist eigentlich heutzutage eine Bibliothekarin? Was macht die eigentlich? Und das ist eigentlich echt ein cooler, moderner, technologischer Beruf und ja, ihr dürft gespannt sein auf eine super coole Episode mit viel Lachen. Genau, wir haben uns sehr gut unterhalten und sehr viel gelacht dabei. Und genau, jetzt, was passiert heute noch? Wir werden planen, wie wir weiterfahren, weil hier um uns rum ist ganz schön viel Hochwasser. Also, wir sind ja in Köln gerade und wir wissen nicht so genau. Also, unsere nächste Station ist Hannover. Wir sind ja mit den Fahrrädern unterwegs und es ist im Moment nicht so ganz klar, wo wir durchkommen und wo überall Orte unter Wasser sind, wo man, oder Straßen unter Wasser sind, wo man nicht durch kann. Das müssen wir jetzt dann mal recherchieren und ich melde mich dann nochmal mit Updates.